Ich freue mich, dass die Bundeszentrale für politische Bildung schon fast so alt ist wie ich. Das heißt, so wie ich die Politik der letzten 60 Jahre überlebt habe, so hat die Bundeszentrale viele Regierungen überlebt und ist trotz dieser verschiedenen Regierungen und der verschiedenen Ansichten ihrem Grundprinzip treu geblieben. Die Bürger im In- und im Ausland über die politische Bildung zu informieren. Da ich hoffe, dass ich auch noch die nächsten 30 Jahre am Leben bleiben werde, hoffe ich, dass mich die Bundeszentrale auch noch so lange in aller, das muss ich besonders sagen, in aller Objektivität begleitet. Herzlichen Glückwunsch!